ja servus youtube hallo und herzlich willkommen zur überhard x und heute gibt es ein neues commentary von mir für euch diesmal ja für euch und im hintergrund steht das wahrscheinlich schon wieder black ops 2 im hintergrund langsam reicht's ja ne wieder auf der map turbine oder turbine je nachdem wie man es nennen möchte mit der an 94 mal wieder aber diesmal diesmal nicht mit der kavai tank nein mit der zombie tarnung und ja endscore ist ein ziemlich fetter bombastischer endscore ein 117 zu 1 und der letzte oder der eine beziehungsweise der letzte tod ihr wisst ihr wirst mir glauben kaum kaum genau glauben kaum glauben so jetzt habe ich den letzten tod ja den habe ich in der 0,5 millisekunde also zum schluss in der zweiten runde von herrschaft in die fresse gedrückt gekriegt und zwar aus dem grund dass ich meine lotser noch eingesetzt habe oder ein haben setzen wollten haben habe ich dann einfach mitten auf die map gelegt und ja da habe ich den gegner gefunden und habe ich glaube ich weg gesniped auf jeden fall ziemlich scheiße sonst wäre das ein 117 zu 0 ja ich hatte wie gesagt das 102 zu 0 ja ich finde 117 zu 1 geht eigentlich ist voll korrekt und ja gut fangen wir mit meinem heutigen thema an und das handelt eigentlich mehr oder weniger davon welche leute mir eigentlich geholfen haben auf youtube klar zu finden insofern wie ich das alles geregelt bekommen habe also wer mir geholfen hat am anfang die und die einstellungen zu machen und wer mir geraten hat hat was wie gameplays ich nehmen soll oder ob ich überhaupt mit youtube anfangen soll geht meine audioqualität oder dies das und jenes und ja mein erster erfolgreicher sag ich mal kumpel sagen ist auch ein real life kumpel ihr kennt ihn auch alle jern hendrik heißt er kennt ihn vielleicht von namen nicht her ist es mein grafik designer der meine backgrounds erstellt man jetzt haben jetzt die ich jetzt leider nicht immer einsetze ja auf jeden fall er hat mir wie gesagt ganzen backgrounds gemacht ich glaube jetzt insgesamt vier stück sind das davon sind zwei preis gegeben einmal der normale background von den alten youtube channel und dem von jetzt also der banner dann gibt es noch ein partner background vielleicht kriege ich das nochmal als link ich glaube er hat auf seiner facebook fanpage gepostet er postet auf jeden fall seine arbeiten immer und ja also wie gesagt jan hendrik mein erster mein erster kumpel der mir so gesagt gezeigt hat auch unter anderem wie alles geht und wie sich youtube unter anderem auch abspielt er hat mir das zum beispiel auch mit monetarisierung erklärt er war eigentlich ziemlich einer der einzigen so aus meiner schule oder in meinem freundeskreis sage ich mir das vernünftig erklären konnte da ich irgendwie relativ neu glaube ich auf der schule war und damals schon einen youtube account hatte der itouch help hieß könnt ihr mal gerne eingeben ist ein tutorial channel für iphone oder sowas ich glaube das sind sieben videos oben da hört ihr mich wie ich meine kleine kitty stimme auslasse auf jeden fall ziemlich amüsant dann mein zweiter force jello jello kennt ihr ja oder jein es könnte sein dass ihr jello kennt ich habe ihn damals von orcfeld kennengelernt oder unter anderem mit aber da kommen später noch zu weil der ist auch dabei und zwar ich hatte mich damals wo ich mein bnhdx account erstellt habe auf dem commander krieger forum angemeldet und habe gesagt hier leute guck mal ich fange mit youtube an werde das und das machen habt ihr mal bock ein abo dazulassen so nach dem motto ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen weil es commander krieger forum einfach ist einfach gut weil da gucken 100 leute drauf die sagen hier was du machen kannst auf youtube also es geht auch wenn du schon youtuber bist sagen wir mal du kannst da sagen hier gibt mal verbesserungsvorschläge da kommen auch keine dummen kommentare so wirklich mit hör auf mit youtube oder sowas das kommt da gar nicht weil da auch vernünftige abbilden sind die dann auch sagen ja hier kriegst gleich ein block in die fresse und du das so nach dem motto auf jeden fall vorstelle habe ich damals da kennengelernt er hat mir auch meinen ersten ja meine ersten abonnenten hatte mir glaube ich sogar gebracht er hat mich sage ich mal mit unterstützt auf dem commander krieger forum hat gesagt ja leute schaut mir wirklich vorbei der kann echt was der hat auch gute gameplays kommen wir nachher auch nach zu sprechen und ganz herzlichen dank an dich hier jello falls du das guckst ich weiß leider nicht was sein heutiger kanal ist weil er hatte schon zwischendurch zweimal neun oder einmal kanal aufgemacht ich glaube der ist also matches oder sowas hieß der ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht daher kein link in der beschreibung sein alter kanal da macht er auch nichts mehr darauf ich glaube er ist jetzt generell inaktiv ich weiß nicht mal ob er tot ist oder ob er noch lebt weil irgendwie auf youtube macht er gar nichts mehr aber ich meine er hat er auch also ich meine er hat einen abschluss gemacht oder sowas und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört also vor circa drei monaten war das letzte mal dass ich was von ihm gehört habe eigentlich ziemlich schade da er mir eigentlich viel geholfen hat genauso wie gamertanten ihr könnt euch vielleicht erinnern meine ersten abonnenten duel mit gamertanten macht leider auch kein youtube mehr hat auch glaube ich um die an das 68 abonnenten oder 38 weiß es nicht immer so um den dreh auf jeden fall hat auf pc oder auf laptop er gespielt habe hier mit ihm damals geskypt hat ihn um ratschen gefragt ja wie machst du das und dies das und jenes erklärt mir bitte sony vegas mehr oder weniger hat er mir das auch beigebracht unter anderem wie man was schneidet oder sowas viel habe ich mir auch selbst beigebracht aber so kleinigkeiten wie wie schneide ich na gut ja doch oder wie packe ich musik unter oder wie finde ich die vernünftigen rendereinstellungen oder ja was oder 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 inhalt dies das und jenes und zwar äh ja ziemlich er hat es mir auch ziemlich genau erklärt also auch noch mal ein guter kumpel dann ein ich hatte ein gast gameplay bei x-ray atomic da zum beispiel kann das der bobby gaming youtube ähm daher kannte ich ihn oder er kannte mich ich glaube er hat mich damals angeschrieben bei youtube äh oder hat mich abonniert keine ahnung auf jeden fall habe ich ihn dann angeschrieben auch in einem kam bei psn sein kanal ist auf jeden fall und in der beschreibung ja er macht auch youtube hat glaubt 400 abonnenten oder 369 oder sowas weil er letztens wie seine dings gelöscht hat seinen ganzen der dddd weiß nicht aktiven abonnenten dadurch hatte glaube ich irgendwie 40 verloren und sowas auf jeden fall auch ganz geschildert typ ist auch öfter so ich leiste mir öfters auch mit ihm auf seinen kanal viele von euch werden ihn kennen also so ziemlich mit einer meiner ersten leute mit denen ich auch was gemacht habe lol sorry mit dem was gemacht habe ist auch egal also wie gesagt x-ray atomic gas gameplay ich glaube das hat heutzutage also heutzutage was heißt das ich glaube das hat 800 video aufrufe ich habe mich da jetzt nicht genau informiert da hatte ich ein dome gameplay war das und ich meine er hat darüber die diese pferde geschichte mit vier pferde wo es hat er sich darüber lustig gemacht ein thema gemacht sag ich ja darüber thema gemacht über pferde geschichte und sowas dann bei georgia tv ich weiß nicht wie er heute heißt georgia bis oder mich kümmert auch nicht ehrlich gesagt ich mag den typ auch nicht ist mir scheißegal ob ihr erzählt oder nicht ich mag den typen einfach nicht und ja bei denen hat ja auch ein gast gameplay und zwar die essen set war das mit anton und sowas also anton wenn du das video guckst schreibt mal einen kommentar wo auf jeden fall geiles gameplay das war voll meine ich wir hatten einmal eine 23 0 und da hat sich der letzte gegner selbst umgebracht und da wurde dann nichts draus leider aus der smz mob war glaube ich mit einer der ersten versuche und haben das gleich gepackt auch wenn es mit acr glaube ich war ist es nicht schlimm es ist jetzt noch damals war noch etwas besonderes und ja gut dann weiteres habe ich leider nicht mehr mit designer oder ersten schritte das waren eigentlich so meine hauptsächigen punkte dann ein duel mit cod zocker marvin heißt er in real life ich weiß nicht ob ich seinen namen sagen darf oder ich nenne jetzt einfach mal so farben mit dem habe ich heute auch noch kontakt ich habe auch seine whatsapp nummer also wir kennen uns auch sag ich mal relativ gut er weiß auch wie ich aussehe und so was ja ich schreibe aber bitte nicht rein woher ja mit dem schreibe ich noch ab und an fragt ihn auch noch mal was er hat jetzt auch seine 1,6 k mittlerweile geht auch ziemlich flott bei ihm ran muss ich sagen also ich beneide ihn darum er kriegt irgendwie pro tag locker seine 20 abonnenten manchmal habe ich das gefühl und ja dann hätte ich noch ein duel mit birdie das über i love cookies das ist dann noch nicht ganz so alt ich glaube von monat an eine halbe monaten war das ungefähr mit birdie habe ich jetzt gar keinen kontakt so eigentlich mehr wirklich eigentlich nur wirklich was in deutsch keine ahnung ich weiß nicht wieso ob das eine einmalige sache war mit dem duel oder sowas ich weiß es nicht dann hatte ich noch ein duel mit orcfell ich glaube das war auf seinem kanal das war ein 20 minuten video über die ps4 glaube ich mit ihm das war noch tschuldigung das war noch ziemlich am anfang wo mit ihm darüber gelabert habe wie das denn alles aussehen könnte dies das und ein paar informationen ob es gekloppt und sowas und ja dann war es das jetzt erstmal mit meinen leuten die mir so geholfen haben also ihr seht ich hatte drei leute die mir beim bei den ersten sachen geholfen haben also ganz wichtig ihr braucht von anfang an braucht den designer der euch kanal banner erstellt oder unter oder was anderes dann braucht ihr eigentlich so noch ein paar leute die euch so das erste auf youtube erklären wir mit leuten umgehen können und sollt bzw was am besten ist ihr sollt auf die abonnenten eingehen und sowas ihr wisst was ich meine dann am besten versucht gas gameplays versucht eure besten gameplays raus zu hauen gas gameplays und selbst wenn sie nach zwei monaten nicht angenommen sind benutzt ihr auf euren kanal das ist relativ egal bei exo atomic war es eigentlich ziemlich lustig ich habe bei facebook angeschrieben hier brauchst du ein gameplay er hat gesagt yo ich habe es hochgeladen habe ihn gleich geschickt er hat gesagt ja alles klar passt lade ich morgen hoch hat er hochgeladen und dadurch dadurch kriegt man immer wieder abonnenten und das ist keine einmalige sache wodurch die abonnenten kriegt ihr kriegt mehrere abonnenten also auch wenn das video was ist nicht zehn jahre alt ist und ihr habt schon 10.000 abonnenten kriegt ihr aber noch durch dieses video wenn es online ist abonnenten weil leute wissen wer oder wollen wissen wer dieser gameplayer spieler im hintergrund ist und sehen dann aha bierner hdx und sehen dann boah der hat heutzutage 10k gleich abonnieren so ist das einfach also gameplays solange sie oben sind bringen sie euch abonnenten genauso wie bei georgia tv ich weiß aber nicht ob er ist auf georgia the beast mich interessiert es ehrlich gesagt auch nicht bei diesen typen weil bringt einfach nichts dann versucht du jetzt mit leuten die etwas mehr oder weniger abonnenten also das heißt ich habe zum beispiel bei ich glaube bei 200 abonnenten oder 150 habe ich glaube ich mein erstes dual also ich weiß es gar nicht ich suche mir dann oder ich habe mir da leute rausgesucht die so plus 20 minus 20 abonnenten bei mir sind selbst wenn sie es also selbst wenn sie sich nur deren account sage ich oder youtube channel hochschlagen und es sind nur 140 abonnenten sind mindestens 100 leute zum beispiel sehen aha der hat ein duel gemacht mit mir die denken sich da kann ich auf meinen kanal gehen er sieht videos oder die sehen videos von euch und er kriegt wieder abonnenten so läuft das ganze auf youtube so gesagt eigentlich und so wird es auch sein eigentlich also mit jedem denen du macht ihr müsst einfach die konsequenten konsequenzen daraus ziehen sage ich mal was später damit wird ja ganz zum schluss was ihr natürlich braucht sind gute gameplays gute gameplays sind jetzt kein 30 zu 5 team deathmatch oder sowas natürlich ist das gut aber es wird keiner sehen es will glaube ich keiner ein 30 zu 5 in team deathmatch in team deathmatch ist einfach genau ist einfach ein eine modi wo einfach nur kacklappen rumlaufen und was weiß ich irgendwas wo dann einfach nur kacklappen rumlaufen und das ziemlich einfach ist ein hohes stück zu erreichen beziehungsweise eine eine ja keine ganze sondern killstück oder sowas auf jeden fall sowas ziehe ich nicht als guten score oder als gutes gameplay gutes gameplay ist für mich eher sowas was ist ich ein 70 zu 10 zum beispiel in herrschaft oder sowas ist es kommt ja auch schon richtig auf 50 zu 0 oder sowas auf jeden fall unter der 2er todesdingsen todesserie sag ich mal eine 2er zweistelligen bereich im tode denn eine gute autoqualität ich weiß guckt euch meine ersten videos mal bitte an was wie eine autoqualität ich hatte die hört sich so scheiße an ich kann euch gerne mal mein erstes video von alter chelps und hier runterpacken also von einmal von alter chelps und einmal gerne hdx auf jeden fall das sind solche lappen videos denke ich mir manchmal also das ist aber so lustig ist einfach nur amüsant anzusehen und ja das war es eigentlich auch schon ich hoffe euch hat es gefallen ich weiß nicht welches gameplay oder ob ich jetzt im wallpaper im hintergrund habe das gameplay schon lange zu ende ist trotzdem hoffe ich euch hat es gefallen bis zum nächsten mal eure benadix